Die feministische Außenpolitik von Baerbock hat richtig eins auf den Deckel bekommen. Wir schauen uns diese Klatsche an und vor allen Dingen ein Zitat, wo ich mich wirklich kringelig gelacht habe. Also wenn du das gleich eingeblendet bekommst, dann wirst du wirklich in Tränen lachen. Es ist so traurig, diese Frau. Nicht nur, dass sie den Frauen geschadet hat und dass eine Wahl komplett nach hinten losgegangen ist, sondern auch ihr Zitat zeigt, wie sie sich immer wieder in die eigene Tasche lügt. Also wie kann man sowas eher irgendwie mit gesundem Menschenverstand noch behaupten, dass man diese Sache so präferiert, aber selber komplett was anderes tätigt. Deswegen bleib bis zum Ende dran. Es ist eine Blitzmeldung, die überall viral gegangen ist. Dank deiner Hilfe unbedingt teilen und Daumen nach oben geben. Und bevor wir jetzt direkt in diesen Skandal, in diese absolute Klatsche einsteigen, warum die feministische Außenpolitik mit diesem brisanten Beispiel komplett nach unten losgegangen ist und dass richtig viel Geld und vor allen Dingen Macht kosten wird. Es geht um die Machtstellung von Deutschland. Die deutschen Politiker haben immer noch nicht verstanden, dass es in der globalen Welt darum geht, Macht zu haben und vor allen Dingen Verantwortung zu übernehmen. Ganz ehrlich, wir wurden ja teilweise bei den Friedensverträgen, die aufgrund von der Nichtannahme zu diesen anderen Konflikten geführt haben, die wir jetzt sehen, da war Deutschland gar nicht mehr in der Rolle, da irgendwie mitzubestimmen, beziehungsweise Deutschland wurde überhaupt nicht gefragt, ob das der richtige Weg sei. Also so weit sind wir mittlerweile schon abgerutscht und wir sehen, und das hoffentlich merken wir bei der nächsten Wahl, die dümmsten Kälber wählen ihre schlechter selber, heißt das so, dieses Sprichwort? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, das sehen wir doch. Was man sich all die Jahre aufgebaut hat, wird jetzt einfach zerstört. Übrigens auch Steinmeier, was der sich geleistet hat, das kommt morgen online. Also unbedingt abonnieren hier den Kanal und wir starten direkt rein. Was ich einfach sehr peinlich fand und wo ich wirklich schmunzeln musste, ist das Zitat, Baerbock warnt vor einseitiger Parteiname. Also kann mich da jemand mal wirklich zwicken? Bin ich da in einem Albtraum gefangen, der immer wieder sich wiederholt? Eine Frau, die wirklich in jeder Hinsicht immer nur einseitig Partei für ein Land, für ein Thema oder eben auch für eine Position einnehmt, will uns jetzt weismachen, dass wir doch alle nicht so einseitig sein sollen? Also ganz ehrlich, das ist sowas von ekelhafte Heuchlerei. Annalena Baerbock warnt mit Blick auf die Ostermärsche der Friedensbewegung vor einseitiger Parteiname in Konflikten, Menschlichkeit sei laut der Bundesaußenministerin unteilbar. Ja, Frau Baerbock, Sie sind doch diejenige, die die ganze Zeit entscheidet, dass Waffen geliefert werden und damit Menschenleben geopfert werden. Wenn Ihre Menschlichkeit doch so wichtig sei, hören Sie doch endlich damit auf und nehmen Sie den Hörer in die Hand. Es kann doch nicht sein, dass ich mit einer Konfliktpartei, die ein offensichtliches Problem empfindet, nicht mal in den letzten halben Jahr telefoniert habe. Wahrscheinlich noch länger nicht. Auch das ist ja immer wieder so im Dunkeln. Hat Scholz jetzt noch Kontakt oder nicht? Wird im Hintergrund verhandelt? Also ganz ehrlich, es hat auch Richard David Precht, das habe ich sehr interessant gefunden, hat auch gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, also sinngemäß kann er sich gar nicht vorstellen, dass da nicht verhandelt wird. Also er sagt, es wird halt nicht an die große Glocke gehangen beziehungsweise im Hintergrund passiert wahrscheinlich sowas. Also nicht wortwörtlich, aber zumindest so vom Sinn her habe ich das interpretiert. Und ich denke, es ist leider nur eine Hoffnung. Die diskutieren und verhandeln nicht. Ich glaube nicht daran. Sonst wären wir jetzt schon zumindest mal ein paar Schritte weiter. Aber es hat sich doch in den letzten Monaten nichts verändert, außer dass die Mittel, zu denen wir greifen wollen, Thema Taurus und andere Dinge, wie Strack Zimmermann sie fordert, das hat doch eigentlich nur weiter zu einer Eskalation geführt. Und bevor wir jetzt zu der Klatsche für die feministische Außenpolitik kommen, schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du das Frau Baerbock überhaupt noch abkaufst. Also warn vor einseitiger Parteinahme. Ich kann einfach nicht mehr. Und jetzt kommt eigentlich auch die Klatsche des Jahres. Und zwar Blamage beim Internationalen Strafgerichtshof. Wir haben keinen deutschen Richter mehr in Den Haag. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum es dazu gekommen ist, warum man hier eine perverse feministische Politik durchdrücken wollte. Es ging eben nicht um Kompetenz. Es ging nicht um Vernetzung. Es ging wieder nur um die Genderideologie. Hauptsache, es muss eine Frau sein. Und wisst ihr, ein Detail, das offenbären wir gleich am Ende dieses Videos. Das macht es nämlich noch mehr zu einem Skandal. Dazu aber gleich nochmal mehr. Das heißt, was ist hier passiert? Naja, es wurden 18 gewählt hier und kein Richter aus Deutschland. Und der Grund war tatsächlich, dass der vorgeschlagene Kandidat eine Frau war. Also, hier wollte man wieder mal eine Frau schicken. Und das war eben ganz wichtig. Eine Richterin, nämlich Ute Hohoff, als Kandidatin. Und das Geschlecht schien dabei jedoch eine größere Rolle zu spielen, als die berufliche Erfahrung und die internationale Vernetzung. Letztere hatte dagegen vor allem der französische Kandidatin Nicolas Goulot vorweisen können. Und zudem war Baerbocks Wahl auch deshalb unglücklich, da in den letzten Jahren bereits überwiegend Frauen auf den Richterstuhl gewählt wurden. Im Gegensatz zu Männern. Also, wenn man doch schon auf Gleichberechtigung ist, und das ist ein perfektes Beispiel dafür, dann hätte man doch auch mal hier einfach einen der fähigsten Politiker, beziehungsweise Richter nehmen können. Und ich kenne diese Person nicht, aber alleine, dass man hier wieder auch darauf pocht, dass es eine Frau sein muss, weil es ja in den letzten Jahren auch Frauen waren, zeigt mir, wie naiv und ideologisch das Ganze ist. Und ganz wichtig, nicht falsch verstehen. Ich höre jetzt schon die Kommentare, oh, du frauenfeindliches, ja, sonst was, du Sau, verlass den Raum. Es ist tatsächlich so, dass es mir immer darauf ankommt, solche wichtigen Posten von den fähigsten Personen zu besetzen. Und wenn das eine Frau ist, umso besser. Wenn das ein Mann ist, auch interessant und gut. Aber bitte doch nicht aufgrund von Geschlechtern Entscheidungen treffen. Das ist genauso dämlich, als wenn ich irgendwie eine Hauptsache, irgendeine Führungsperson ist eine Frau, weil sie das Geschlecht hat. Wisst ihr, es geht ja so weit, dass man in Ländern jetzt mittlerweile von den Geschlechtern hin und her wechseln kann. Und das haben sich manche auch zu Nutze gemacht, weil es in manchen Branchen tatsächlich dann 15% mehr Gehalt gibt. Also auch das führt zu den ersten Konstellationen. Also mittlerweile kann man sich wirklich die ersten Konstellationen vorstellen. Und wisst ihr, was das Traurige ist an der Situation? Es ist nicht nur eine Vollblamage, dass wir jetzt eigentlich bei den Bestrafungsprozessen, gerade auch wenn es eben um internationale Verbrechen geht, eigentlich nicht mehr mitsprechen und damit an Macht verloren haben, sondern es ist deswegen so peinlich, weil wir nach der USA der zweitgrößte Beitragszahler des Gerichts sind. Es tut so weh, meine Freunde. Dieses Gericht wird zu einem großen Teil von unseren Geldern bezahlt und jetzt haben wir doch nicht mal einen Richter dort, der dort mitbestimmen kann. Merkt ihr langsam, wie der Deutsche, ja die Deutschen im Endeffekt komplett, ja, an Macht verlieren. Deutschland spielt in den nächsten zehn Jahren, sagen ganz, ganz viele, international so gut wie gar keine Rolle. Nicht nur von dieser richterlichen Position aus, wegen diesen ganzen Fauxpas, wegen dieser Gender-Ideologie, Idiotie, sondern eben auch wirtschaftlich. Ich bin gespannt, wie du das Ganze siehst und wir sehen uns wie immer das nächste Mal hier auf dem Kanal.